Tag 7. Ich dachte eigentlich, wir wären nur 5 Tage hier gefangen. Aber die Story hat kein Ende. Und das Spiel macht mich ein bisschen verrückt. Hä? Hä? Ist das eine Erinnerung? What the hell? Das kann keine Erinnerung sein. Wenn wir hier wirklich geblieben, bis Weihnachten ist. Hier bin ich. Du bist noch da? Wo soll ich sein? Zu Hause? Ich würde nicht missen Nicoles' fantastische Erinnerung in den Remote Mountains für nichts. Irving, nicht sagen Sie, du bist nur für mich. Geh! Ich sage nicht, dass ich keine Probleme für den resten Nacht habe. Ich habe schon gesagt, ich bin dran, bis Sie kommen, bis Sie kommen. Danke. Du hast immer das? Du hast, was? Worry über jeden desperate strangerer, der knackt auf deine Tür. Du bist kein stranger. Wir haben niemals getroffen, Irving. Ich kann sogar gar nicht vorstellen, dein Gesicht. Du bist ein Teil dieser Ort seitdem du warst. Du gehörst hier. Na, ich dachte, ich habe alles, was das hinterlassen. Vielleicht habe ich noch ein Weg zu gehen. Um, zu sein, frei zu sein? Du machst ein Prozess. Du hast, du hast ihn, du hast, wenn ich mich aufhören. Du hast mich, wenn ich dich aufhören. Du hast, du hast dich aufhören. Du hast, du hast mich aufhören. Svartas. Irving, are you hitting on me by any chance? Uh, no. What are you? I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Liebling. Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry. I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah. I get it too. Yeah. That's what there was in the end. And there was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of 80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and, uh... Hey. Did you hear that? No. What are you talking about? Like a... clinking. Uh... No. I... I don't hear anything. Wait there. I definitely heard something. Uh... Okay. Okay. Na, wo soll das sein? Schicht draußen. I... I wanted to tell you something. Not now. I heard a sound. Something familiar. Listen. I've had this in my head for a while. I don't know. I seem to sense a sort of... Chemistry. Sorry. I'm having trouble paying attention. I'm trying to figure out where this sound is coming from. I can understand that you can't stand the sight of the Timberline. Not even on a postcard. But... But for me, this is important. It's given me the chance to... You've been a lot of help, and I'm happy you're here, but right now I need to figure this out. Sorry. But somehow, it would be nice if, after this whole thing, we could meet in person, have a drink. I mean, if I'm going too fast, just say no, so probably... Irving... I know it's ridiculous to ask out someone you've never even seen, but... People get close in lots of ways. Please. Shh. A sec. O-okay. Maybe I cross the line. Sorry, I'm a klutz sometimes, and... Irving, please, shut the fuck up. Thanks. Listen, we'll get back to this. But now, just give me time to figure out where the sound is coming from. I'll call you back. N-I... I... Sure. Sorry. I'm sorry. N-I... From there, D-I... N-I... It's not. It's not. It's not. N-I... It's not. Ah! Wohin führt mich dieser Sound? Oder ist es hier in diesem Raum? Wahrscheinlich. Geisterjäger. Hey, sorry I didn't answer. I was, uh, busy. Oh, uh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? It's this microphone. Sometimes it captures... sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawlspaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Broken. Staubmagnet. Check nicht, von wo das kommt. Von unten. Ja, von unten. Von ganz unten. Fuck. Um, come, come, come. Oh, come, come. giapp Von da hinten? Maybe it's not me. It's this hotel. I... I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe heard about it? It's pretty well known in the county. Hmph. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She... talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on the back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki. I... Sorry. I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. So... Ein Bild von Bazaar. Tag 8. Mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm, Daaaag 8. Do you think I'm getting mad, don't forget that sound? Das macht mich langsam wahnsinnig. Und ich finde es echt gruselig. Oh, mein Gott! Fucking Geräusche, Mann! Halt, Rednerpult. Sehr schön. Was machen wir hier in der Kirche? Wieso sind wir verdammt nochmal hier? Natürlich müssen wir in den Keller. Klar, why not? Jesus. Ja. Das geht bei mir ganz und gar nicht. Ich habe ein Kind lachen hören. Mich nur mal kurz in den Raum werfen. Ein Walking Simulator am Arsch, Mann. Das ist einfach ein Horrorspiel. Okay, jetzt kommen wir hierher aus. Aber wohin sollen wir? Was machen wir? Laundry. Und ich brauche Geräusche. Ich muss jetzt mal einfach nach oben gehen. Ich habe keine Karte, nix. Ich habe keine Karte, nix. Oder müssen wir vielleicht in unser Zimmer? Ähm, wenn ich denn wüsste, wo lang noch mal. Ich glaube hier... Nicht ganz. Hier ist das Museum. Da unten. Da unten. Ich gehe glaube ich einfach mal in unser Zimmer hoch. Und eben mit das Atmen. Irgendeine Tür. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Ich muss jetzt wieder ins andere Zimmer. Mit einem sein sieben. Ich gehe mal schauen. Wahrscheinlich gibt es hier auch nix. Ich habe keine Gegenstände, nix. Nope. Hier ist nix. Jetzt sind wir noch abgeschlossen. Ich finde das schrecklich. Diese Klopfgeräusche immer. Aber von wo kommen sie? Ist das schlau? Ich weiß ja nicht. Na ja. Ich glaube nicht, dass das schlau ist. Was hat das schlau? Ich weiß.